Moin Leute, hier ist der David von NipponTackle und heute kommen wir erstmal zu der Auflösung des letzten Instagram 5000 Follower Gewinnspiels. Ihr konntet ein Überraschungspaket von NipponTackle gewinnen. Dazu musstet ihr einfach nur in den Kommentar schreiben, warum wir steil auf die 10.000 Follower zugehen sollten. Insgesamt hatten wir ungefähr 30 Teilnehmer bei Instagram. Bei Facebook konntet ihr ebenfalls teilnehmen und da ist die Teilnehmerzahl relativ überschaubar, denn hier hat genau einer mitgemacht. So Leute, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Ich werde jetzt alle Kommentare einmal ausdrucken und dann den Gewinner ziehen. Da seht ihr es schon, sind wirklich jede Menge Kommentare geworden. Ich habe jetzt hier alles ausgeschnippelt und werde das jetzt einfach mal hier alles so ein bisschen durcheinander mischeln. So und jetzt werde ich einfach mal die Augen zumachen, dann einfach mal in den Haufen reingreifen. Zack, zack, zack. Und nehme mir jetzt einen Kommentar raus. Ich mache die Augen wieder auf. Und das Kommentar ist von Johnny Official. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für das Paket. Wir sehen uns dann im nächsten Gewinnspiel. Bis dahin, macht es gut Leute und ciao.